Leute hören ja auch, äh, Hard Bass oder wie auch immer. Jetzt hab ich mich richtig alt angehört. Wie auch immer, die Leute hören doch heute alles. Die Techno-Scheiße und die ganzen Kack. Mach doch daraus mal, mach doch damals mal ein Street Festival. Gabber. So. Das hier ist auch ein Beat. Man muss sie nur hören. Geht gut. Und ja, es gibt Lieder, die hören sich schlimmer an. Das stimmt. Hartweizen. Sagt das bloß nicht Ranzratte, der akzeptiert die Challenge. Voll geil. Finde ich voll gut. Hey Ranzratte, mach doch mal einen Song draus. Finde ich voll nice. It's magic. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.